So, jetzt gehen wir mal hier wieder raus. Ich muss doch noch... Hier ist noch ein Vieh. Das nehmen wir gleich mal mit dir. Hausarrest? Na super. Jetzt kriege ich auch noch Hausarrest. Nee? Geh ins Bett? Nee? Hab ich eigentlich was hier drin? Lager? Nö, hab ich nicht. Gut. Also, brauche ich nicht. So, gehen wir halt ins Bett. Mach das Brett jetzt so genau. Was geht? Schau oft in dein Inventar, weil es du vergisst, ne? Und besser was? Lass mich los! Lass mich los! Oh, I'm having a dream again. Okay. Dreamy. What's happening? Oh, Jesus. Jesus Christ. Oh, can we try the big silver one again? Scheiße, Alter. Was muss ich denn jetzt machen? Alter, nein! Nein! Haut ab mit den Scheiß. Ihr habt wohl ne Macke. Weg mit diesen Drecksgelümpen. Nein, ich habe auf die Tasse, das geht gar nicht. Oh, Alter. Ich habe gesagt, man hat jetzt nicht gehört, dass ich wie ein Beklopter auf die Tassen gedrückt habe. Wenn ja, dann tut es mir total leid. Ist das deine erste Mal, dass du geprobt hast? Ja, das ist ein Schmerz, aber... Das ist das Kind von Sachen, die du mit leben möchtest, wenn du in einer remote kleinen Stadt leben möchtest. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! Ah, nee, herrlich! Cool! Alien-Sonde. Ah, okay. Fliege aus dem Lagerraum. Ich muss jetzt aber erst mal, ähm, hier was gucken. Ähm, ja, das muss ich noch machen und das hier muss ich noch machen. Ich brauche noch zwei davon. Korte, ich bin hier auf beiden Aliens und führe. Finde eine Möglichkeit, aus dem Lagerraum des Aliens-Schiffs zu fliehen. Möchte neue Freunde nähe. Okay, ich habe keine neue Freunde, also muss ich jetzt gucken, wie ich hier aus dem Lager raus... Wie komme ich hier aus dem Lager raus? Ah, stopp mal! Ja, aber wie mache ich das? Ich muss doch... Ah, okay. Halt der F gedrückt, um die Sonne zu aktivieren und zähle mit der Maus auf die... Okay, das habe ich ja schon gemacht. Also muss ich jetzt theoretisch hier rein, oder wie? Na, eigentlich schon. Was? Halt der F gedrückt? Ja, und jetzt hier rüber, komm. Setz mich mal hier ab. So, jetzt bin ich da drüben. Das hat aber mir jetzt auch nicht viel gebracht. Außer das mitzunehmen. So, geh mal hier hin. Ach, hier können wir lang. Hier muss ich lang. Dann sagt mir das keiner. Na gut, wir haben ja was mitgenommen, das ist auch noch gut. Ah, na super. Finde den Kontrollraum. Was ist denn hier? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht hier rausgekommen. Nee, hier bin ich nicht gewesen. Ich hoffe, es macht nichts, ich gehe mal weg. Ah, das sind aber die ganzen Viecher. Da ist so ein Teil nicht. Also bleibt mir ja nur... Ich bin mal weg. Ah. Shit, ey. Jetzt darf ich auch noch gegen Elgans kämpfen. Ja, ja, muu, muu. Ihr seid mir auch muu, muu. Scheiße, wie war denn das? Mist. Ja, ja, mach dein blödes Schild. Ja, jetzt haben die alle Schilder. Ich glaube, ich kriege eine Krise hier. Nee, nicht das. 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 So, dann machen wir das erstmal weg hier. So, wir behalten uns wieder. Mein Gott, ey. So, angewidert. Na, komm schon. Ich bin gleich tot. Nein, ich bin tot. Mou, muu, muu. Das gibt es doch nicht. Ich kann nicht so laut schreien. Das geht nicht. Was habe ich denn jetzt für eine Aufwertung getan? Ah, hier. Warte, habe ich denn das nicht gemacht? Nee. Habe ich gar nicht gemacht. Hehe. Da muss ich erst Level 6 sein und ich bin erstmal bei Level 4. Äh, 5. So, Hauptsache, das hier erstmal wieder machen. Ja, es kratzt mich jetzt schon wieder an. Mou, muu. Ja, ja, du mich auch mit Mou, muu. Mou. Ja, jetzt machen sie wieder die Schilder. Oh. Das nervt. Äh, halte die rechte Maustaste gedrückt. Die rechte und dann links. Okay. Machen die nur so ein blödes Schild kaputt, Mann. Da habe ich nicht viel davon. So, Gesundheit geht noch. So, minus eins. Also, so gesagt, minus zwei. Ah. Scheiße. So, den hier. Nur noch zehn. Der ist angewidert. Das ist perfekt. Mou, muu, muu, muu. Ähm. Das da. Ach, der ist jetzt tot. Hehe, Schi. Kann ich nichts mehr von dem Beten? Deine Beten ist so beschissen. Minus zwei. Mir fehlt nur noch eins, oder wie? So, mit den Blocken habe ich aber auch langsam raus. Kriege ich gerade mal mit. Ja, Kotz. Jetzt hat er den nur noch geheilt. Ich war froh, dass der weg, halb weg war. Nein! Mann! Oh! Das richtet mich jetzt schon wieder auf. Ich kann schon wieder kürzen. Ich gucke aber auch nie auf meine Gesundheit. Ich blöde Kuh. Nee. Weg, weg. Genau. Oder da hinten. Und hier. So, jetzt nochmal. Ja, muu, muu. Du bist mir auch muu, muu. Kann ich nicht irgendwie was? Hab ich denn hier? Heil-Trank, Macht-Trank, Mana-Trank. Nee, 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 nee. Stärke-Trank. Wiederbelebung. Nehmen wir mal einen Stärke-Trank. Ich weiß, wann ich... Ah, Angriff erhöht. Perfekt. Genau das wollte ich. 110. So, jetzt lasst mich bitte nochmal. Jetzt hat er wieder ein Schild. Das kürzt mich jetzt schon wieder an. Der ist aber gleich weg. Der dürfte eigentlich gleich weg sein. Ja, klar. Ist der oben. Und zwar jetzt. Eigentlich nicht. Schade, schade, schade. Jetzt müsst ihr doch aber mal langsamer weg hier. Du nervst. Tschüss. Mo, 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 mo. So, hier. Die haben alle so einen beschissenen... Ah! Warum haben die denn mal alles so was beschissenes? Ist meine Abwehr kaputt? Das gefällt mir nicht. Meine Abwehr. Ich will meine Abwehr wieder haben. Stärke-Trank. Wenn es mich gleich auch zeitig mal auch heilen würde. Das wäre perfekt. 132. Falsch. Ja, komm schon. Komm, komm. Nee, gut. Nee, erst mal. So, ich muss das... Ich mache das jetzt einfach mal so. So leid mir das tut, aber ich kriege das sonst nicht anders hin. Ich kann jetzt nochmal den hier nehmen. Nein! Hier! Hier! Das war zu früh, aber egal. So, gut. Das ist noch. Gesundheit habe ich noch genug. Das ist das Wichtigste gerade mal. Jetzt macht das schon noch ein Schild. Der ist... Ich weiß nicht, das ist schwierig. Ich hoffe aber, dass ich den auch noch wegkriege hier. Weil wenn nicht, wenn nicht, dann löse ich auch nicht. So. Tempo-Trank, dass ich gleich zweimal hintereinander bin. So soll es nämlich sein. Und erzählen. Jetzt mache ich nämlich jetzt weg. Wenn ich jetzt nochmal sowas hinkriege, dann ist er weg. Okay. So, hier nochmal. Und tschüss. benutze die ellensonde um den blauen sicherheitsbetafeln zu aktivieren so dann gehen wir mal rein okay die aktive den alarmsystem des schiffes dafür muss ich den erst mal finden das macht doch gar nicht ich habe eine aufwertung schön kann man das gleich mal machen hier obwohl ich das ja eigentlich schon gekauft habe ja verstehe ich das jetzt gerade mal nicht warum das nicht funktioniert hatte das da jetzt geht doch mal da hoch mach doch nicht mensch dann geht da hoch ja ja